Droht uns also die Shared Reality, der gemeinsame Blick auf die Welt? Droht uns in ökologischen, politischen und pandemiebedingten Fragen dieser gemeinsame Blick abhanden zu kommen? Braucht es einen Paradigmenwechsel? Braucht es eine handfeste Wende zu mehr Fakten? Oder braucht es einfach ein tieferes Verständnis von Erkenntnis, von Erkenntnistheorie, bevor hier wieder intellektuelle Missverständnisse und alte ideologische Fäden aufgewärmt werden? Die Krise der Faktizität, die wir hier diskutieren, ist ja ganz grundlegend eine Vertrauenskrise in die Wissenschaftlichkeit. Rund um den Globus sind Welterklärungen im Vormarsch, die nicht auf das aufbauen, was wir als wissenschaftliche Fakten bezeichnen würden. Die Versuche, dem Konstruktivismus, dem Dekonstruktivismus oder vielleicht auch dem Posthumanismus die Schuld für diese Entwicklungen in die Schuhe zu schieben, kommt mir aber ein Stück weit vor wie das Argument, dass die vielen Tests an der Coronakrise schuld sind. Es werden die verantwortlich gemacht, die die Probleme aufzeigen, statt nach den Ursachen dieser Probleme zu suchen. Eine mögliche Ursache sehe ich in dem, was Arjun Abadurai in den letzten Jahren immer stärker als die Unglaubwürdigkeit des westlichen oder ganz besonders des europäischen Universalismus beschreibt. Das globale Bild, das wir aufgrund moderner Informationstechnologien immer besser und immer stärker haben, zeigt ganz klar, dass wir jenseits unserer eigenen Grenzen unseren eigenen universalistischen Werteansprüchen nicht gerecht werden. Wir wissen im Grunde, dass wir nur dann zufrieden leben können, wenn wir erfolgreich verdrängen, dass für unseren eigenen Reichtum, für unsere Lebensweise anderswo Menschen unter Bedingungen leben und arbeiten müssen, die wir nicht als menschenwürdig bezeichnen würden. Unser Universalismus gilt also ein Stück weit nur innerhalb unserer eigenen Grenzen. Und wir sind nicht fähig oder nicht willig, daran wirklich etwas zu ändern. Einen zweiten Ursprung der vorhandenen Probleme sehe ich in dem, was Marc O'Shea als Supermoderne beschrieben hat, nämlich eine Beschleunigung, ein Übermaß an Zeit und Raum und Individualität, das dazu geführt hat, dass wir in einer Gesellschaft oder in einer Welt leben, die wir selbst nicht ganz begreifen können. Da ist ein zu viel an Informationen, ein zu viel an Komplexität. Und sozialwissenschaftliche Forschung der letzten Jahre zeigt immer wieder, dass es ein sehr starkes Bedürfnis bei vielen Menschen nach einer überschaubaren, nach einer erklärbaren Welt gibt. Und genau das ist es, was PopulistInnen und auch natürlich Verschwörungsnarrative den Menschen liefern. Während also Konstruktivismus, Dekonstruktivismus, Posthumanismus das kritisieren, was als objektive Fakten bezeichnet wird und aufzeigen, dass die Strukturen dieses Denkens oft einer eingehenden Kritik nicht standhalten und damit die Welt natürlich noch komplexer machen, machen VerschwörungstheoretikerInnen und PopulistInnen im Grunde genau das Gegenteil. Sie erklären etwas zum Faktum, ohne sich in irgendeiner Weise auf das zu verlassen, was wir bislang als Faktizität bezeichnet haben. Sie erfinden ihre eigenen Wahrheiten nach den Messlatten ihrer eigenen Ideologien. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020